Ich habe den Ruf gehört Und nun ist die Zeit gekommen, ihm zu folgen Denn bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, wie es ist, der Witcher zu sein Boah, jetzt tu mal nicht so episch, du hast anderthalb Jahre Zeit, es zu probieren Du hast ja recht, ich bin so mies Ich meine, am 27.10.2017 hat er mir The Witcher 3 geschenkt Die Game of the Year Edition mit allen DLCs Und bis zum heutigen Tag habe ich es noch nicht einmal installiert Wenn ich darüber nachdenke, bin ich eigentlich schon wieder echt traurig Das geht eigentlich echt gar nicht Aber deswegen tun wir jetzt was dagegen Wir tun was dagegen und wir machen einen Livestream Und der startet jetzt am Samstag Also, beziehungsweise, je nachdem, wann wir dieses Video hoch Doch, ja, nächster Samstag Nächster Samstag, der 25. Mai 2019 Um 16 Uhr Ja, nice, 16 Uhr Ja Und ja, wahrscheinlich fangen wir auch schon 15.30 Uhr an Wieder so ein Appetizer mit, mit Game Soundtracks Ihr kennt das ja von meinen Streams Damit ihr schon da seid, bevor wir anfangen Wird auch wieder hier auf YouTube stattfinden Wie meine ganz letzten Livestreams Und ja, dann werde ich zum ersten Mal in my life Überhaupt ein Witcher-Spiel spielen Aber eins und zwei wäre ich auch Ja, also auf jeden Fall Ich bin total gespannt Ich freue mich tierisch drauf Und ich hoffe, dass ganz viele von euch da sind Und sich das geben Und ich habe den absolut besten Lehrer Den man kriegen kann Weil wie viele Spielstunden hast du? Ich habe da jetzt knapp 650 Stunden im Spiel Habe es insgesamt viermal durchgespielt Mit allen DLCs Die fast jeden erdenklichen Antwort- und Lösungsweg durchgekaut Und habe wirklich Builds gebaut Und geguckt, wie spielt man am schönsten Also ich habe das rauf und runter Und denke, ich kann so gut es geht Helfen und unterstützen Witcher 3 Noob trifft auf Witcher 3 Pro Das wird lustig Und ich hoffe, dass ganz viele von euch da sind Ich freue mich sehr auf diesen Livestream Also noch einmal Samstag, 25. Mai 2019 Um offizieller Start 16 Uhr, praktischer Start Wahrscheinlich schon 15.30 Uhr Dann sehen wir uns da Ich freue mich sehr Hier auf YouTube Link wie immer in der Video Beschreibung Und bis dann Ciao Ich freue mich sehr Ich freue mich sehr Ich freue mich sehr